Mit der Firma Hofer GmbH und CoKG macht das Umziehen Spaß. Die Möbelspedition in Traunstein besteht seit 1945 und wird heute von Alex Fink und Eva Fimberger geführt. Gemeinsam mit einem erfahrenen Team wickeln die Umzugsspezialisten Aufträge aus ganz Deutschland und sogar europaweit ab und sind Rahmenvertragspartner der Bundeswehr. Neben Groß- und Kleinumzügen sowie Firmenumzügen führt der Betrieb zahlreiche weitere Services durch. Dazu zählen Entrümpelungen, Entsorgungen, Einlagerungen und sogar Schreinerarbeiten. Auf Wunsch erhalten Sie gerne ein Komplettangebot. Die gut ausgebildeten Mitarbeiter der Hofer GmbH sind hoch motiviert. Das merkt man sofort an der schnell, zuverlässig und professionell ausgeführten Arbeit. Umziehen kann so einfach sein. Unter diesem Motto übernimmt das Speditionsteam alle notwendigen Gedankengänge für Sie. Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage unter www.umzüge-hofer.de www.umzüge-hofer.de www.umzüge-hofer.de